Äh, schnell, ja, oh, ich kann nicht mehr nachladen, wir haben keine Munition mehr, scheiße. Jut, speichern bei einer halben Stunde schon, okay. Wir, nehmen wir mal die Whipper, komm, für die haben wir jetzt so viele Klingen, da können wir uns die ruhig mal geben, ab nach unten, nachladen bitte, danke, so was haben wir hier, ein Audiolog. Persönliches Logbuch von Dr. Charles Mercer. Ich habe jetzt einen lebendigen Probanden für meine Studien. Ich kann es kaum erwarten, meine geliebte Regenerationstheorie zu validieren. Anfangs war es schwierig, ihn ruhig zu stellen, aber jetzt scheint es ihm gut zu gehen. Er vertraut mir, Dr. Cain. Er hat sein Leben nie anvertraut. Er versteht, welche Rolle er einnimmt, versteht, was ich tue. Die Stirn wurde desinfiziert und markiert. Und ich versuche jetzt einen Kanal zu schaffen, durch den ich das Gewebe einführe. Boah, diese Audiologs, die sind so krank. Das ist abnormal. Gebt mir euren Inhalt, meine Freunde. Plasmaenergie, da haben wir ein bisschen, äh, auch mittlerweile wieder ein bisschen, äh. Die Frage wird bearbeitet. Bitte warten. Aufgabe erfüllen. Wie schon des Antigens beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Kampf ums Überleben ist verundernswert, aber sinnlos. Und doch machen sie weiter. Fast möchte ich glauben, wir hätten Hoffnung unserer Spezies. Bin ich der Einzige, der sehen kann, dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind, es nur noch nicht akzeptieren konnten. Hören Sie darauf herumzulaufen, zu kämpfen. Unsere Zukunft, Ihre Zukunft, die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet hier. Gestatten Sie mir, Ihnen die Nachkommen der Menschheit vorzustellen. Die Kinder, die uns ersetzen werden. Unsere größte Schöpfung. Was laberst du? Bist du bekloppt? Bleibst du mal hier? Also, nee. Nee! Huuu! Äh! 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 Hu! 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 Oh. Wisst ihr, das sind mir ja die liebsten Gegner, ne? Die, die du nicht töten kannst. Oh, verdammte Scheiße hier, ey. Mann. Ja, klar, wir sollen da wieder runter. Aha, sicher doch. Ah, es ist da eingesperrt, gut. Gut. Ist da jemand? Wiederhole, Isaac, komm. Ja, hier. Ist da jemand? Hammond. Und zum später Baumstatt. Ich hab die Hybrostation erreicht. Sieht übel aus hier unten. Ich kann nicht verwarten. Dieser organische Stoff links überall. Mal aufbrennen. Ich sehe Dinge. Was für Dinge siehst du? Ja. He-he. Bam. Da ist noch was drin, was wir nicht geöffnet haben. Warum? Geh es mal bitte auf. Ach, Stase-Pack. Was haben wir denn damit? So, Werkbank. Wir haben zwar einen Energieknoten, aber, na, für den einen Knoten. Du bist scheiße. Oh, und Dunkelheit ist auch scheiße. Ich hab Angst im Dunkeln. Ich höre dich. Oh, du bist geschehen. Ja. Geh da rauf. Du musst jetzt eine DNS-Probe der Wucherung finden. Laut den Laborberichten wird eine inaktive Probe auf der Intensivstation gelagert. Ein Dr. Mercer hat offenbar damit experimentiert. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken. Bekomme aber nur rauschen. Isaac, du musst ihn beeilen. Dieses Vieh macht mir voll Angst. Ohne Witz. Annehmen. Ja. Gut, 36 Minuten. Ja, dann mach ich noch was. Dann mach ich noch was. Das wären zwei Folgen. Und nee. 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 Ich höre dieses Vieh immer noch. Hallo, Arschloch. Ihr Überalligkeit erstaunt mich. Sie klammern sich an den allerletzten Strohhalm und lassen einfach nicht los. Sie halten an dem fest, was einst ihre Welt war. Aber sie gehört jetzt den Kindern. Freuen Sie sich über das Wissen, dass ihr Tod ihre Geburt bedeutet. Hau nicht wieder ab, du Spast. Ernsthaft jetzt. Sag mal lieber, wie ich das Ding kaputt bekomme. So, komm, hier rein. Weg. Weg, 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 weg. Wo muss ich hin? Daumen, Ecke, Daumen, Ecke, Daumen, Ecke, Daumen, Ecke. Los, 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 los. Nö, das kommt ja doch da raus. Nö, das kommt ja doch da raus. Oh, was geht denn hier gerade ab, bitte? Oh, sie kann schießen. Shit, shit, shit. Oh, das gibt's doch nicht. Wir haben keine Munition mehr. Lauf doch weg. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. HAAAALT! Lauf, lauf, lauf. GAUS! Ernsthaft, das ist verdammt uncool, Mann. Boah. Ich bin gerade voll am schwitzen, ey. Mann. Warum duscht das ganze Brummen? Tut meine Stimme jetzt voll weh. Was ist das? Whipper-Klingen. Wie viel Munition haben wir wo für? Ja, immer noch am meisten für die Whipper. Dann nehmen wir die jetzt auch weiter. Alter. Hallo, da liegt was und ich möchte es haben. Nämlich ein paar Credits. Credits. Och, nicht schon wieder so einer. Was? Warum? Schnauze da hinten. Ja, wie kacke, bitte. Da ist dann halt viel nicht zu nah rankommen. Hätte man mir ja auch mal vorher sagen können, ne? Trotzdem, die Whipper. Können ja mit dem Teil auch schießen. Bäm. 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 Los. Bäm. Bäm. Geh kaputt. So viele kriegen habe ich jetzt auch wieder nicht. Du bist voll scheiße. Und hässlich. Halblätter Gold. 2400 Credits. Sieh mal einer an, wen wir da hinten haben. Mein Freund, jetzt bist du fällig. Wie gerne würd ich jetzt. Ich darf... Ich darf den nicht... Ach, du bist ne... Hallo. Hallo? Rede mit mir. Rede mit mir. Ah, dann bloß mich doch jetzt. Vielleicht doch... Hat eben noch irgendwas... Ach. Ich hab gedacht, das wär dieser komische Typi. Jo, dann halt nicht, ne? Ich hoffe, hier kommt jetzt irgendwo ein Speicherpunkt. Ich würd nämlich gerne ne Pause machen. Ja, da ist einer. Speichern. Gut. Dann mach ich jetzt Schluss für diese Session. Auch etwas kürzer wegen Webcam, ne? Vielleicht läuft sie ja auch gar nicht in dieser Aufnahme jetzt. Ich weiß es nicht. Sollte auf jeden Fall funktionieren. Mein anderer Monitor sagt mir auch, dass die Aufnahme läuft von der Webcam. Und, äh, ja. Ihr könnt ja mal, äh, sagen, wie ihr das findet mit der Webcam. Ist das gut? Ist das weniger gut? Was kann man verbessern? Etc. Pipapo. Und da, bis zum... Da, da. Damit bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. , holdальной. Tschüss. dich es belieb高, du, vikt, gute임. Vielen Dank.